Freunde, ihr habt lange drauf gewartet. Dadurch, dass wir vergangene Woche etwas vorproduziert haben, gab es noch kein großes Recap, kein Feedback zum Community Weekend. Das holen wir heute nach, würde ich sagen, oder Adrian? Adrian? Let's go, Alter. Also ich habe noch sehr viel Motivation und sehr viel Energie vom Wochenende und die lassen wir heute, glaube ich, mal raus in dieser Folge. Es war auf jeden Fall unfassbar geil. So viel Spoiler ich schon. Aber ich will auch ganz kurz meiner Pflicht als guter Sneaker-Podcast-Host nachkommen, denn ich habe drei Upcoming Releases. Wir wollen natürlich trotzdem auch ein bisschen über Schuhe sprechen. Und da habe ich zuallererst einen Schuh, der in der Adidas-App schon gedroppt ist, vergangene Woche. Jetzt aber auch noch unter anderem bei Overkill kommt, nämlich der Adidas Berlin 24. Passend zur EM, soweit ich weiß, auch limitiert auf 2024 Stück. Made in Deutschland. Dementsprechend auch ein Retail-Preis von 250 Euro. Muss man wollen. Vielleicht will der ein oder andere sich diese glorreiche oder hoffentlich glorreiche EM noch irgendwie in den Schuhschrank stellen. Ich finde den ganz nice, aber für mich wäre es nichts. Da gibt es für mich momentan genug andere aus diesem Terrace-Bereich. Aber an sich eine ganz schöne Erinnerung. Ich weiß nicht, ob du das Release bei Adidas da mitbekommen hattest. Ich weiß auch nicht, ob die jetzt immer noch auf 2024 Paar limitiert sind oder ob das jetzt nochmal so ein Adidas-Super-Special war. Auf jeden Fall droppt das Ganze am 14.07. bei Overkill, also am Sonntag, am Tag des Finals. Und ja, wer weiß, vielleicht steht Deutschland ja mit im Finale. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, aber wir lassen uns mal überraschen. Weiter geht es bei BSTN am 12. Juli mit einem LeBron 21. Ich glaube, einen Student, den ich noch nie hier irgendwie gepickt habe in irgendeiner Rubrik. Schönes Blumenmuster. Gefällt mir tatsächlich sehr gut, sehr sommerlich. 230 Euro Retail am 12. Juli um 9 Uhr. Aber ich habe keinen LeBron in meiner Sammlung. Dementsprechend kann ich zum Komfort wenig sagen. Aber ich meine, es hieß ja mal, dass die Schuhe eher so für seinen Körper oder für ihn gebaut sind, wenn ich mich recht entsinne. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das was für euch ist. Aber vom Muster her, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, Adrian. Unfassbar schön. Sehr sommerlich, sehr blumig. Gefällt mir echt extrem gut. Ich warte auf die Schuhe von seinem Sohn, deswegen erstmal kein Geld dafür ausgeben. Damit kann ich als drittes Release leider auch nicht dienen. Aber es ist ein Comeback und ich bin mir nicht ganz sicher, ob du auf den Schuh in der Komliger Saw Colab irgendwie heiß warst. Auf jeden Fall kommt der Nike MX Thunder wieder zurück in Paris. Ganz viel los gewesen damit. Man hat viele Bilder gesehen in diesem nicen Gold Colorway. Okay, muss ich sagen, bin ich irgendwie Fan von. Lag ich richtig, dass du den mal cool fandest? Oder bin ich da völlig auf den Schuh? Ich finde den immer noch cool. Das ist für mich einer der spannendsten Nike-Modelle für mich. Also definitiv. Also die Komliger Saw Colab war auf jeden Fall ein Hit. Und ich glaube, damit stand ich ja echt relativ allein da. Also ich weiß noch, als ich den zu Sneaker des Jahres auch mit quasi zum Voting freigegeben habe, habt ihr da draußen den wirklich zerrissen. Ohne Grund. Aber ihr habt alle auch Comebacker Saw nicht wirklich in real life mal gesehen. Ihr habt es nicht verstanden, Leute. Ihr habt es nicht verstanden. Und deswegen, ja, bin ich der Einzige, der den Durchbleck hatte. Ich finde diese neue Markteinführung auf jeden Fall übel geil. 180 Euro ist natürlich auch ein richtiger Batzen Kohle. Aber es ist auch ein spezieller Schuh, ein besonderer Schuh. Ich bin ehrlich, ich würde mich da irgendwie drin sehen, aber ich werde es auf jeden Fall nicht versuchen am 11. Juli. Dementsprechend feel free. Ich hoffe, das wird jetzt nicht so ein verkorkstes Release wie zum 180er Air Max. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass der jetzt nicht so easy zu bekommen sein wird. Und wahrscheinlich auch nicht im Sale landet. Aber ich kann mich auch täuschen. Ich bin kein Experte. Ich bin nur Sneaker-Host. Ja, und das war es erst mal von meiner Seite. Drei Releases für euch. Lasst uns gerne wissen, ob ihr irgendwo zuschlagt. Was waren eure letzten LPUs? Unsere DMs sind wie so oft für euch geöffnet. Und jetzt, Adrian, würde ich sagen, kommen wir mal zum vorvergangenen Wochenende her sogar. Ja, und ich muss auch mal sagen, dass ich die allerwichtigste News zum Wochenende erst mal droppen muss. Und zwar die neue Couch von Sammy ist nicht so bequem wie die alte Couch. Okay, das ist erst mal das erste Resümee, was wir wirklich sagen müssen. Und ich muss sagen, ich saß beim Frühstück und dann kam Lara und dann meinte ich, und gut geschlafen. Und dann meinte ich so, ja, aber. Und ich habe die Enttäuschung gesehen, aber ich habe gesagt, ey, es tut mir leid. Aber wenn ihr von der Goat-Couch euch verabschiedet und eine neue Couch kauft, was erwartet ihr so? Ihr könnt, also das ist so, als wenn du dir Michael Jordan gehen lassen und LeBron James holen. Ja, es ist gut, aber ihr habt trotzdem Downgrade so. Ey, ich pflichte dir bei, dass die wahrscheinlich noch nicht so gut eingelegen ist. Und die, auf der du sonst gepennt hast, auf dieser geilen Retro-Court-Couch, da haben ja auch schon irgendwelche anderen Studentenärsche draufgelegen. Und wir haben die ja selber gebraucht gekauft. Deswegen war die ja schon richtig so anschmiegsam an den Körper. Aber zum Chillen, sage ich dir ehrlich, auf den Sonntag, das war nichts. Zum Pennen gebe ich dir vielleicht recht, ich habe noch nicht im Wohnzimmer gepennt. Gott sei Dank, wenn ich weiter Schuhe kaufe, wird es vielleicht irgendwann so sein. Aber zum Chillen ist die Alte halt echt nichts gewesen. Und jetzt kann man da richtig schön drauf entspannen, YouTube-Videos gucken, Podcast hören und schauen. Bei YouTube zum Beispiel, wie heute. Und dementsprechend den Punkt gebe ich dir. Aber ey, wir legen die ein und musst halt häufiger vorbeikommen, bis wir die durchgelegen haben, die neue Couch. Und das Ding war ja auch, dass ich dann auf einer Tagesdecke vom FC Bayern München schlafen musste. Und irgendwie nachts, ich bin so kurz mal wach geworden, so schweißgebadet. Ich so, oh, Vizemeister, Vizemeister. Nee, Dritter. Dritter bin ich geworden. Und von Thomas Tuchel habe ich geträumt. Und es war ganz merkwürdig. Aber zum Glück bin ich dann noch in Hamburg aufgewacht. Nein, aber das soll es nur als kleine Randnotiz sein. Diejenigen, die jetzt da draußen gerade reinschalten und denken, scheiße, ich hatte keine Zeit. Oder, oh Mann, ich habe es verpänt. Boah, das waren ja einige, die dann auch geschrieben haben im Nachhinein. Das fand ich auch irgendwie nett. Aber das ist jetzt nicht so, dass dieses, wir machen jetzt hier nicht den Türsteher und sagen, ja, also gut, wenn du nicht da warst, dann kannst du diese Folge nicht hören. Das ist Quatsch. Ich glaube, wir werden auch mal generell mal über dieses Community-Ding, gerade so Sneakers-Community mal sprechen und wie wir das Ganze, sag ich mal, so, wie wir die einzelnen Charaktere vielleicht auch mal kennengelernt haben und was das mit uns gemacht hat und schieß mich tot und das werden wir jetzt alles gleich mal klären. Aber jetzt zum Wochenende. Wir hatten uns am 29.06. um 11 Uhr im Willis getroffen und ich muss sagen, erst mal, das Wetter war ja bombenmäßig. Ich habe mich direkt dreimal eingecremt mit 50 plus und Sammy hat nur die Nase gerümpft, als ich mich eingecremt habe. Und dann habe ich wirklich das erste Mal gesehen, dass das Willis offen hatte in Hamburg. Also ich kann es bestätigen, Leute, es gibt diesen Laden, man kann auch was essen gehen. Und es war hervorragend. Also ich bin Fan geworden, muss ich sagen. Und ich glaube, jedem, der dabei war, hat das sehr gut gefallen. Den Eindruck hatte ich auch. Und da auch nochmal wirklich Props an Swillis und vor allem auch an Steven, der seinen freien Vormittag geopfert hat, um all unsere Mäuler zu stopfen. Also es war, also der Laden wurde übernommen von uns, kann man durchaus so sagen. Also wir mussten die Tische alle so ein bisschen verstellen. Sneakers-Takeover. Wirklich. Ihr habt es vielleicht bei Instagram in den einen oder anderen Storys gesehen. Vielleicht machen wir irgendwie nochmal so einen kleinen Highlight-Ordner für die Woche, dass ihr so ein paar Einblicke hattet. Und ja, das Essen war unfassbar nice. Ich bin ja selber großer Fan, auch wenn ich sehr selten in den Genuss komme. Und wenn ich mal im Willis esse, dann meistens so spät, dass es nur noch Grilled Cheese gibt, was das Grilled Cheese gar nicht kleinreden soll. Aber die ganzen Specials und auch dieses Vegetarian, was du jetzt hattest, es sah wirklich alles durch die Bank weg unfassbar geil aus. Und so wie ich es wahrgenommen habe, hat es auch allen extrem gut geschmeckt. In diesem Sinne generell auch alle Stores, die wir abgeklappert haben, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Willis, ey, wenn ihr es cool fandet, lasst da gerne echt auch einfach mal eine Bewertung da. Ja, und dann geht ihr zu Apple Podcast und schreibt nochmal eine für unseren Podcast und bei Spotify auch nochmal so viele Sterne, wie wir euch wert sind. Das würde uns extrem freuen. Aber ja, Willis, auf jeden Fall top. Es hat mich auch gefreut, dass du es endlich mal geschafft hast, den Laden offen zu sehen. Ja, ich wollte gerade sagen, ich war oft genug da und es war zu. Und du hattest ja auch eine berechtigte Angst, dass das alles so läuft an dem Samstag, aber es hat geklappt. Wir sind, glaube ich, alle satt geworden und es hätte eigentlich, glaube ich, auch keinen besseren Start geben können. Also es war richtig schön in der Runde, voller in Anführungsstrichen Fremder. Also es gab natürlich schon vom Kangaroo's Day so einen kleinen Kern von Leuten, die sich kannten. Andere haben im Discord schon miteinander geschrieben, vielleicht schon bei Insta die ein oder andere DM ausgewechselt. Aber es gab halt auch Leute, die irgendwie noch nicht so präsent eben in dem Sinne waren, dass wir aktiv so Kontakt mit denen hatten. Und es hat sich wirklich nicht so angefühlt, als ob jetzt irgendwer das Gefühl hatte, nicht dazuzugehören oder sich irgendwie unwohl gefühlt hat. Also es war von vornherein einfach eine geile Stimmung. Alle hatten Bock, das Wetter hat gestimmt, das Essen war gut. Boah, schöner hätte es wirklich nicht starten können. Also ganz viel Liebe an alle, von wo auch immer ihr gekommen seid. Das war unfassbar. Ja, und dann fing das direkt auch mit einer Überraschung für uns an. Und da echt auch ganz, ganz liebe Grüße an jeden Einzelnen von euch und ein fettes Dankeschön. Und erst recht an Arne, dass er da es in die Hand genommen hat, etwas für uns zu organisieren. Wir können es leider jetzt hier nicht gerade oder vielleicht Samy, ich weiß es nicht. Halt es in die Kamera. Ich kann es leider noch nicht in die Kamera halten. Wir mussten es leider erst mal in Hamburg lagern, dass wir es nicht die ganze Zeit mitschleppen müssen. Aber wir haben ja ein Geschenk von euch bekommen. Und ich war echt überwältigt, weil es war schon so ein extrem krasser Moment. Und das hat dann nochmal wirklich die berühmte Kirsche auf die Sahnetorte irgendwie gesetzt. Alle haben auf einen Kangaroos unterschrieben und ja, Samy hat ein Schuh bekommen und ich auch. Und den werde ich mir mit dieser kleinen Vitrine wirklich sehr schön in die neue Wohnung drapieren. Da freue ich mich extrem drauf und ja, hat echt schon mal, war so ein riesen, riesen Highlight. Und wie gesagt, auch hier und da, also ich habe auch von Friedrich, der hat mir noch Frittete-Socken mitgebracht, was mich auch riesig gefreut hat. Sven hat mir auch noch eine Boston Red Sox Cap mitgebracht. Also echt, weiß ich nicht. Also es war so, als ob man Geburtstag hatte. Und es war schon, wie gesagt, so ohne das Ganze ein Riesengeschenk, dass ihr alleine schon diesen ganzen Weg auf euch genommen habt. Deswegen echt tausend, tausend Dank. Das wäre auf jeden Fall nicht nötig gewesen, aber ich freue mich tausendmal darüber, dass ihr so an uns dann auch noch gedacht habt. Ich kann mich da auch nur anschließen. Das war wirklich eine Überraschung, die nicht hätte besser sein können. Und ich glaube, Sebastian hat es auch gefilmt und uns stand, glaube ich, die Freude und auch so ein bisschen diese Überraschung, vielleicht das Schockierte, ins Gesicht gestanden. Weil, Digga, also es ist wirklich nicht nötig. Aber selbstverständlich freuen wir uns da einen Arsch ab, wenn ihr uns da irgendwie, keine Ahnung, mit sowas Krassem auch eine Freude macht. Ist unfassbar geil. Ich weiß nicht, womit wir das alles verdient haben. Aber wirklich tausend, tausend Dank an jeden, der sich da irgendwie beteiligt hat und auch an alle, die da waren. Und alle, die halt immer generell so fleißig supporten in jeglicher Hinsicht, die man halt auch noch gar nicht so kennengelernt hat. Das ist alles echt nicht selbstverständlich, dass ihr euren Instagram-Account dann auch mit unserem Stuff flutet. Und auch wenn wir es nicht reposten, das haben wir schon öfter erzählt, weil dann die ganze Story damit voll wäre. Und wir wissen auch, dass ihr das in dem Sinne versteht, wissen wir das unfassbar zu schätzen und freuen uns wirklich über jede Erwähnung, jedes Kommentar, über alles, was man da bei Social Media so machen kann. Und ja, dann in Real Life noch solche unfassbar geilen Präsente abzustauben, ist einfach nur wow und unfassbar geil. Weil ich hatte meiner Mom auch das Bild aus dem Willis geschickt und sie hatte halt so sinngemäß dann gesagt so, ach und die sind alle wegen euch dann da. Und dann meinte ich so, ja, also eigentlich sind sie nicht wegen uns da, sie sind wahrscheinlich durch uns da. Ja, das klärt sehr, das ist gut. Aber es hat irgendwie nicht so diesen Vibe, dass wir dann da jetzt die sind, die da bespaßt werden müssen und alle wollen mit uns reden. Am besten noch Fotos machen. Ja, genau. Autogrammkarten haben wir leider vergessen. Scheiße. Wir haben sogar Sticker vergessen, das war ein bisschen Panne, aber es hat sich einfach so angefühlt, als ob wir uns alle treffen. Ihr habt euch gegenseitig wahrscheinlich primär auch durch uns kennengelernt, aber es war jetzt nicht so und es hat sich nicht so angefühlt, dass ihr wegen uns da seid, sondern durch uns. Das war ein Meet & Greet. Und mit uns, genau und ja, das war einfach geil. Also ich hoffe, dass es noch ganz viele weitere solche Treffen gibt, wenn es sein muss, natürlich auch ohne uns. Also es freut mich einfach, dass so viele Gleichgesinnte da jetzt zusammengekommen sind und es zeigt sich gerade im Discord immer, die Bock auf eine Sache haben, die uns glücklicherweise auch halbwegs sympathisch finden, setze ich jetzt mal voraus oder überhaupt nicht mal. Und das ist einfach krank und also im positiven Sinne krank und ich komme da wirklich gar nicht drauf klar. Also solche Sachen gehen mir auch immer sehr nah und ja, ganz, ganz lieben Dank und viel Liebe an euch alle da draußen. Ja, um euch das vielleicht auch mal so ein bisschen aus unserer Perspektive darzustellen, das ist halt wirklich, ich glaube, wir unterschätzen immer vollkommen das ganze Projekt hier, weil natürlich, wir verstehen schon und ich gucke ja auch immer nach, welche Episode ist das jetzt? Wie muss ich das ganze benennen auf YouTube? Und dann denke ich mir auch jedes Mal, wie jetzt 238, what the fuck? Also ich verstehe schon, dass wir jetzt auch schon lange da sind, konstant da sind und ich sehe ja auch immer Nachrichten und hier und da, aber es sind, also es verfällt schnell dazu, dass man das einfach so als Zahlen abwinkt und auch so Streaming-Zahlen und Klicks und sowas. Das ist irgendwie so für einen selber irgendwie nicht so ganz greifbar. Und wenn man, also ich glaube, du hattest es ganz zu Anfang mal zu mir gesagt, dass du gesagt hast, boah, ey, stell dir mal vor, so in so einem Fußballstadien sind jetzt so 300 Leute so vorm Spiel und die haben alle unseren Podcast gehört. Und so versuche ich mir das mal so vorzustellen, wenn ich so bei so einem Amateurfußballspiel bin und denke mir so, Zuschauerzahl heute 400 Leute, denke ich so, krass, die haben jetzt so am einen Tag unsere Folge gehört. Aber diese Zahl verschwindet halt eigentlich immer so. Man sieht halt nie jetzt wirklich Gesichter dahinter und kennt ja dann auch, wie du schon meintest, einige Gesichter kennt man, weil die auf Social Media vielleicht auch ein bisschen präsenter sind, andere halt nicht oder andere sind halt nicht in der Discord-Gruppe und davon hört man dann weniger. Aber deswegen war es so auch so einfach interessant für uns, euch mal kennenzulernen. Und da muss ich ganz vorne an, also wie gesagt, ich möchte hier eigentlich nicht mein Lieblingskind oder sowas benennen, aber ich muss den König erstmal krönen in der Community, denn das ist einfach Jens. Jens ist wirklich der Sneakers-Supporter Nummer eins. Also wir hatten, ich will nicht übertreiben, aber wir hatten vielleicht 25 Follower und Jens hat auf Follow geklickt und davor waren es nur unsere Freunde, deine Tante aus Tunesien, sonst war niemand Follower von uns. Und dann kam Jens und ich weiß noch, dass ich dich auch so gefragt habe, kennst du den? Und du so, nee, kennst du den? Nein, krass, der folgt uns einfach. Und ich hatte ihn ja einmal kurz auf dem 50 Cent Konzert hatte ich Jens getroffen, aber es war halt wirklich so, ey, nach fünf Stunden im Konzert, da hat man jetzt nicht noch Zeit, eine Stunde eine Cola zusammen zu trinken. Aber es war so krass, dann auch Jens da zu sehen, weil man also denkt, wow, der hat sich die schlimmste Sound-Quali angetan, hat sich so gedacht, ey, irgendwie lasse ich den Jungs mal ein Follow da. Und wirklich deswegen, ey, Jens ist einfach die Legende und wirklich, wenn hier jemand mal krankheitsbedingt ausfallen müsste, ey, ich würde sofort bei Jens anrufen und sagen, ey, Jens ist dein Podcast. Also mich hat es auch echt geflasht, weil das ist wirklich so der Name, den man so gefühlt, also nicht gefühlt, den man seit Tag eins kennt, Jens ist, und den jetzt endlich mal in Real Life zu treffen. Und es hat sich echt so angefühlt. Warst du aufgeregt? Ich war wirklich ein bisschen aufgeregt, weil ich wusste ja auch gar nicht, Jens ist nämlich einer von denen, da kenne ich die Füße in- und auswendig, aber alles. Das ist auch ein bisschen weird, so als abgekapselte Statement hier. Alles, alles oberhalb der Schienbeine, glaube ich, noch nie gesehen und ich bin auch so jemand, ich versuche dann immer mal schon irgendwie ein Gesicht irgendwo zu erhaschen, aber ich glaube, bei Jens ist es mir noch nie gelungen und dementsprechend wusste ich gar nicht, wer mich da erwartet, was mich da erwartet, aber spätestens beim Blick auf die Schuhe dachte ich mir dann schon, okay, das muss Jens sein. Und wir haben uns auch sehr gut unterhalten, sowohl den Samstag als auch dann am Sonntag und da hat er auch noch mal erzählt, wie er uns irgendwie damals mäßig kennengelernt hat. Echt? Ich habe das nicht gehört, sag mal. Also er meinte, dass ihm das irgendwie bei Instagram vorgeschlagen wurde, wenn mich nicht alles täuscht, hoffentlich gebe ich es richtig wieder. Und dass er nur gesehen hat, dass das irgendwie ein Sneaker-Podcast aus Kiel ist, fand er geil und hat dann da einfach mal reingefolgt. Es muss mehr Menschen wie Jens geben. Dann meinte er tatsächlich noch, dass wir uns mal, also ich, er und ich bei Sneaks unterhalten hätten über Adidas EQTs, dass der Einstieg da so schwierig ist und es hat mir wirklich so ein bisschen gedämmert. Ich dachte mir so, ey stimmt, irgendwie kann ich mich da ganz grob dran erinnern, weil man hat selten mal Gespräche, die ein bisschen deeper sind, geschweige denn, dass irgendwer in Kiel wüsste, was ein Adidas EQT-Equipment, was auch immer ist. Und da habe ich wirklich, musste ich dran zurückdenken und dachte so, ja stimmt, ich kann mich da ganz dunkel dran erinnern und da meinte er, dass ich das wahrscheinlich gewesen war oder sehr wahrscheinlich gewesen bin und das fand ich auch so unfassbar geil, also wirklich so ein geiler Typ und du hast es gesagt, wir wollen jetzt hier keinen irgendwie nach vorne anstellen. Aber es ist schon unser Lieblingskind, muss man jetzt mal sagen. Tut mir leid an alle. Es ist wirklich einfach geil und es ist auch schon eine kleine Schande, dass wir uns vorher noch nie irgendwie begegnet sind, weil er hat das Glück, nicht so weit entfernt von uns zu wohnen. Ja wirklich wunderschön, hat übel Spaß gemacht mit dir zu quatschen Jens und ich freue mich oder hoffe, dass wir uns schnellstmöglich irgendwie wiedersehen, auch entspannt und das war verrückt. Und wie gesagt, auch Props an alle anderen, an Chris zum Beispiel, der extra aus Berlin beim Auto gefahren ist. Unfassbar krass, jetzt droppe ich hier doch noch einen Namen, jetzt müssen wir eigentlich doch alle abfrühstücken. Aber ey, bin ich dir ehrlich, ich kannte den vorher ehrlich gesagt nicht. Er kam ins Willis, hatte die Futura SB-Dunks an und ich war mir da nicht ganz sicher, gehört der jetzt in dem Sinne zu uns oder zu unserer Reisepuppe? Ja, aber er war schon zu cool für Hamburg Altona, müssen wir mal sagen. Richtig und im Willis waren ja noch Betrieb, also es war ja nicht so, dass sie das abgesperrt hätten von uns. Und dann war ich mir nicht ganz sicher und habe ihn dann begrüßt und meinte, ey yo, du gehörst auch zu uns, oder? Und dann meinte er ja und dann haben wir irgendwie ein, zwei Stunden später, konnte ich dann mal mit ihm quatschen und habe dann halt erfahren, dass er aus Berlin kommt und uns schon ein bisschen länger verfolgt. Und Digga, unfassbar krass, der ist dann abends wieder nach Hause gefahren. Wunder, wunderschön gewesen. Und bevor wir jetzt hier weiterhin mit irgendwie Namen hantieren, möchte ich mal auf ein weiteres Thema eingehen. Und zwar ist mir tatsächlich mal am Samstag aufgefallen, wie krass verwöhnt wir in Hamburg sind. Also jetzt mal ehrlich, also ich würde jetzt nicht sagen, ja, wir haben die schönste Stadt Deutschland. Stimmt halt, aber den Talk würde ich jetzt nicht aufmachen, sondern aber einfach so Sneaker-Store-mäßig. Also, so, wir sind losgegangen, wir haben uns angeguckt, komischerweise und alike, ich weiß auch nicht, wie das dann zustande kam. Naja, dann sind wir über den Kiez Richtung Sternschanze, sind dann natürlich bei Glory Hole angehalten. Dann waren wir bei Lobby Hamburg, dann waren wir bei Biesten, dann waren wir bei Under Pressure. Und wir waren einfach nicht mal in der Innenstadt. Also, wir waren bei sechs wirklich namhaften Stores. Und wir waren nicht bei Snipes, Kicks, Footlocker. Und jetzt kann jeder sagen, ja, das hat aber jede Stadt. Nee, aber den anderen Staff hat halt nicht. Also, keiner hat dann noch zusätzlichen Biesten und mal kurz ein Like. Und das hat einfach keine Stadt. Und ich habe da auch tatsächlich mit Chris drüber gesprochen. So, das ist auch etwas, was mich an Berlin so stört. Du musst einen Tag einplanen, um jeden Story anzugucken. So, du musst Civilist, dann SNS, dann fährst du drei Jahre nach Overkill. So, und dann musst du überlegen, was du da noch machen willst. So, weißt du, und das nervt mich. Ich brauche das wirklich relativ nah beieinander. Jetzt muss man auch sagen, okay, Hamburg ist jetzt auch kein Kaff. Da muss man auch schon ein bisschen fahren und ein bisschen gucken. Aber hätten wir jetzt gesagt, ey, wir nehmen jeden Sneaker-Store mit, das hätten wir einfach nicht geschafft. Wir hätten dann noch Animal Tracks uns reinziehen müssen. Wie gesagt, Kicks, Biestens, äh, Biesten soll ich schon, Snipes, Footlocker, alles in der Mönckebeckstraße. Wir hätten es niemals geschafft, mit dem anderen Stuff drumherum alles zu sehen. Und da wirklich, das ist mir vorher noch nie eingefallen, weil ich so immer so dachte, ja, also Berlin ist schon krass und München auch und so. Und denke mir so, also jetzt mal, wenn ich mal ganz ehrlich bin, ist Hamburg in dem Stile schon fast Nummer eins. Also wenn Hamburg jetzt noch ein SNS bekommen würde, sorry, aber dann brauchen wir diese Stadt nicht mehr verlassen. Ja, es ist mir auch in dem Moment wieder klar geworden, erst mal, was für schöne Strecken wir auch in Hamburg haben, die man zu Fuß gehen kann, dass wir da jetzt nicht unbedingt in die Bahn steigen müssen. Und dann, wie krass diese Marktstraße auch einfach ist an der Schanze. Also mit Glory Hole, Lobby, alle möglichen Vintage-Shops. Das war schon krass. Und wir waren, glaube ich, so gut und gerne 20 Leute. Und ich fand es auch geil, als dann irgendwie alle auf einmal bei Glory Hole drin waren. Der Laden ist ja wirklich so groß wie ein Wohnzimmer so gefühlt. Und das hat einfach unfassbar Spaß gemacht, die ganzen Leute da zu sehen, die von ganz Deutschland angereist sind und sich das angucken. Das war einfach nur, ja, einfach nur ein Gedicht. Also man muss wirklich sagen, Hamburg hat es wirklich, ist richtig gut mit uns gemeint. Und mir persönlich ist dann auch gar nicht aufgefallen, wie weit wir teilweise auch gelaufen sind. Aber es war einfach genau so, wie ich mir das auch erhofft habe, weil einfach auch ein paar Strecken dabei waren, die ein bisschen Hamburg auch zeigen. Für die Leute, die jetzt, wie gesagt, nicht um die Ecke wohnen, auch einfach ein bisschen was sehen wollen. Das war uns nämlich auch wichtig, dass wir nicht sagen, okay, wir klappern jetzt jeden Snickers-Store ab. Und dann setzen wir uns in ein Restaurant und gucken uns Deutschland an. Das war ja nicht sehr nur ein Zweck der Sache, sondern auch ein bisschen Sightseeing, ein bisschen nebenbei. Und ja, das war auch wirklich passend, als wir dann nachher die Hafenrundfahrt gemacht haben, richtig Touri-Style. Ich habe original nicht einmal diesem Typen zugehört aufs Schiff, sondern habe die ganze Zeit mit Arne und mit Micha geschnackt. Und das war erstmal natürlich die bessere Alternative, als dem Typen zuzuhören. Aber es war auch einfach, also das hat mir auch so gezeigt, irgendwie hat das alles nicht interessiert, weil ich einfach jede Minute irgendwie mit euch schnacken wollte und irgendwie auch ein bisschen austauschen wollte. Und trotzdem habe ich das echt mega enjoyed, auch ein bisschen aus Wasser ein bisschen Kühle abzubekommen. Und ja, war auf jeden Fall auch ein Highlight für mich. Das war auf jeden Fall auch wichtig, dass man da endlich mal kurz eine Stunde sadden konnte. Ist ja jetzt nicht so, dass wir durch die Stadt gehetzt sind oder so, sondern es war ja ein entspanntes Tempo. Trotzdem Props, dass da keiner gequengelt hat und alle, beispielsweise auch Sven, wohlwollend bequeme Schuhe angezogen hat und jetzt nicht den größten Flex. War auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Und da dann wirklich dann mal so eine Stunde auf dem Wasser zu sitzen. Und ja, bei mir war es so, ich habe mich kaum unterhalten mit irgendwem, weil ich da auch einfach kurz mal klarkommen musste, da hatte man mal so ein bisschen Zeit, das alles zu verarbeiten und einfach dann da über die Elbe zu schippern. Ich hoffe, es war die Elbe, aber ich glaube ja. Und ja, ein Bier zu trinken und einfach mal da zu sitzen. Der Typ, der das da gemacht hat mit der Hafenrundfahrt, der hat schon auch eine solide Show abgezogen. Eins, zwei Witze waren vielleicht auch ein bisschen drüber, muss man sagen, oder ein, zwei Sprüche. Aber das war einfach geil zu sehen. Wir saßen ja so mäßig in drei Gruppen und alle haben sich so ein bisschen unterhalten. Einige haben einfach so die Aussicht genossen. Das war wirklich wunderschön und perfekt, einfach um mal so ein bisschen kurz alles sacken zu lassen. Ich glaube, das tat auch allen gut. Ja, definitiv. Also da kann man wirklich gar nicht meckern, wie wir so schön sagen in Norddeutschland. Und ja, dann waren wir halt abends noch was essen, haben uns Deutschland geguckt. War ja auch eigentlich ein historisches Spiel mit der Unterbrechung und allem drumher dran. Und ich muss auch wirklich sagen, ich war einfach auch durch. Also ich war auch echt richtig müde. Deswegen auch da noch mal echt Props an, Chris, dass du noch nach Berlin gefahren bist danach. Ich hätte das einfach nicht geschafft. Also ich war vom Energielevel, war ich echt am Boden und war dann echt auch froh, als wir dann bei dir zu Hause waren, Samy. Ich noch geduscht habe, nicht gebadet wie in Pirmasens, liebe Leute. Also so krass war ich dann nicht unterwegs mehr, um halb eins noch mal ein Bad einzulassen, wie ich das in Trüben gemacht habe. Aber ja, die Dusche war super geil. Und ja, dann die FC Bayern Tagesdecke hat mich wieder mit Kusshand begrüßt. Endlich mal auf Erfolg schlafen. Aber ja, mir ging es auch so, ich war richtig durch. Also meine Haut hat auch so übel geklebt, weil es halt auch solide, keine Ahnung, 30 Grad waren. Und die ganze Zeit da eben bei den Temperaturen rumzulaufen. Aber es war so schwül. So what the fuck, ey. In Hamburg hast du eigentlich immer so 13 Grad und Regen. Und da so, joa, wir machen jetzt einfach mal Subtropen. Es ist krass gewesen. Also wie gesagt, Petrus trägt Sneakers, ist eindeutig. Und ich war dann auch froh, als ich so im Bett lag und mir erst mal die ganzen Storys angucken konnte von den ganzen Mitreisenden. Übertrieben Spaß gemacht. Lara war auch noch wach. Und dann habe ich mich da durchgeklickt und dachte so, Alter, was das für ein geiler Tag war. Also wirklich einfach besser hätte dieser Tag nicht sein können. Klar, lass es 5 Grad kühler gewesen sein, aber ... Nee, aber so, nee, einfach hör auf. Sowas sagt man auch nicht. Nee, das ist auch geil, dass es so historisch, dass Hamburg sich so von so einer ganz krassen Seite gezeigt hat. Wenn schon mal alle möglichen Leute aus ganz Deutschland und Österreich hier zu uns anreisen, das war genial. Und es war auch schön, dass es sich abends dann so ein bisschen abgekühlt hatte, weil ich ohnehin schlecht schlafe bei diesen Temperaturen. Und ich brauchte ja noch Energie für den Sonntag. Richtig. Und der Sonntag war ja dann etwas entspannter geplant. Wir hatten ja geplant, zu den Hamburg Steelers zu gehen. Die hatten gegen die Bonn Capitals zu Hause gespielt. Und es sollte so ein geiles Get-Together werden, weil einfach gute Musik, Baseball, was essen, was trinken, einfach noch mal entspannt, einen Sonntag verbringen zusammen. Und dann wird das pöpö sich so ein bisschen auflösen, weil dann einige schon mit der Bahn los mussten und so. Da hat Hamburg dann gesagt, pass mal auf, Jungs, ich habe da so eine kleine Quittung für euch. Für den gestrigen Tag mache ich heute mal komplett übertrieben. Deswegen hat sich das leider mit dem Spiel sehr hingezogen. Also ich glaube, gegen 16 Uhr, Viertel vor vier oder so, ging es dann richtig los statt 13 Uhr. Sodass zum Beispiel auch Roman bereits los musste. Andere mussten auch schon früher die Sachen packen, um die dann nach Hause fahren. Wie gesagt, da können wir auch jeden verstehen. Das ist absolut gar kein Problem für uns gewesen. War natürlich ein bisschen schade. Es war trotzdem so, dass wir das Beste draus gemacht haben, fand ich. Also es war nicht so, dass wir jetzt gesagt haben, wow, also wir Organisationsgenies, wir hatten natürlich gleich einen Plan B in petto. Aber alle haben sich der Situation, haben sich damit angefreundet und haben gesagt, ey, ist doch cool, wir sind doch hier, schnacken ein bisschen, setzen uns hin. Und wenn es losgeht, geht es los. Und dann ging es auch irgendwann los. Und das war echt richtig cool, auch dass jeder von euch sich da drauf eingelassen hat, Fragen gestellt hat und auch sehr viel Merch tatsächlich über den Tisch ging. Also das hat mich auch sehr gefreut. Und ich habe dann auch noch mal mit einem Verantwortlichen von denen, der ist da ein bisschen geschnackt und da hat er auch so drüber geredet, wo kommt ihr denn alle her? Ich so, ja, kannst du eigentlich aussuchen. Also überall aus Deutschland, Österreich. Und dann war der so, ey, das ist ja krass. Und alle gucken heute hier zu. Und ich so, jo, das steht bei uns mit auf dem Programm. Und ich glaube echt, dass ein paar auch angefixt wurden. Ja, also wie gesagt, ich würde es trotzdem nicht eintauschen wollen. Ich glaube, der Samstag war wirklich auch so, dass der Sonntag so ein bisschen Hangover-Stimmung bei allen war. Egal, ob vielleicht ein Getränk geflossen ist oder nicht, war es, glaube ich, ganz gut, dass er ein bisschen entspannter war. Und wie gesagt, echt vielen, vielen Dank für alle, die sich haben blicken lassen, die eine Nachricht da gelassen haben. Und auch für die Leute, die jetzt vielleicht nur einen Tag oder mal eine Stunde vorbeigeguckt haben. Das ist völlig egal. Da machen wir gar keine Unterschiede. Und jetzt auch diejenigen, die jetzt sich zu Hause denken, oh, scheiße, warum bin ich nicht? Und warum konnte ich nicht? Und so. Also das ist jetzt hier auch, wie gesagt, außer unser Lieblingskind Jens, ist da jetzt keiner irgendwie in der Prioritätenliste auf- oder abgestiegen. Gar kein Fall. Aber es ist einfach, auch da wieder, wie du schon so schön gesagt hast, es war nicht so, dass die Leute wegen uns kommen, sondern durch uns dahin kommen. Und deswegen lege ich jetzt momentan auch sehr viel Wert auf die Discord-Gruppe. Also ich gucke auch immer so. Komm rein, Leute. Ja, genau, echt, fühlt euch angesprochen. Es gibt jetzt auch neuerdings immer bei YouTube, unten in der Infobox, habe ich jetzt das auch immer verlinkt. Und wenn ihr, sag ich mal, einen abgelaufenen Link irgendwie findet, schreibt gerne. Schauen wir uns an, dann kriegt ihr einen Link. Weil das ist ja auch das, was mir tatsächlich mittlerweile als Sneakerhead am meisten Spaß macht, mit Leuten quasi darüber zu schnacken. Weil ich bin dir ehrlich, wäre ich jetzt so davor wie mit 18 oder 19, wo ich jetzt einfach nur selber vom Handy gehangen habe, gegoogelt habe, was kommt als nächstes raus. Und dann, keine Ahnung, stellt man sich einen Wecker und läuft zu Footlocker. Ich glaube, da hätte mich die Sneaker-Bubble schon verloren. Aber dieses Community-Ding, dass ich Leute kennenlerne, dass ich auch so eine Gemeinschaft sich ja schon gebildet hat, weil einfach, keine Ahnung, kann mich jemand zum Flughafen fahren, ja, kein Thema, ich hole dich vom Bahnhof ab, ey, was weiß ich, ich bring dir hier ein Regenschirm mit, kein Plan. Also, es ist so selbstverständlich, ohne Hintergedanken wird sich da einander die Hand gegeben. Und das finde ich einfach fantastisch. Und wie gesagt, das ist auf gar keinen Fall so, dass ich mich jetzt hier, oder du dich wahrscheinlich auch nicht, dass wir uns jetzt hier hinsetzen und denken, ja, wir sind hier die Macher. Und wir sind jetzt die zwei Promis. Gar nicht. Und das ist auch ein Großlub an euch, weil ihr habt das auch nie so irgendwie raushängen lassen. Weißt du? Also, es war jetzt nie so, dass ich jetzt gedacht habe, oh, die Person hat jetzt irgendwie ein bisschen Respekt, mit mir zu reden. Gar nicht. Und das hätte ich auch tatsächlich total komisch gefunden, weil ich habe mich genauso auf Friedrich gefreut, auf Jens, auf Chris, auf Sven, wie ihr auf mich wahrscheinlich. Und deswegen tausend, tausend Dank, dass ihr da wart. Und wunderschön und cool, dass wir uns über diesen Weg irgendwie kennenlernen konnten. Und auch alle anderen da draußen, die in der Sneakers-Discord-Gruppe sind, oder auch einfach so bei Instagram reinfolgen. Echt, wir freuen uns, dass ihr da seid. Und wir hoffen, dass wir euch irgendwann mal über einen anderen Weg kennenlernen. Hundertprozentig. Ich könnte das jetzt genauso stehen lassen, aber wie so oft will ich auch noch was sagen und mich dann wieder verquatschen. Und dann sprechen wir am Ende über irgendwas. Schon mal was zu trinken. Erzähl. Ja, ich muss auch sagen, erst mal noch mal kurz zum Sonntag. Es war das perfekte Ausklingen-Erlebnis. Und ich muss da leider auch noch mal Jens lobend erwähnen, ich bin ehrlich, ich wäre bei dem Wetter nicht gekommen. Wenn ich eine Anreise über, ich sage mal, eine Stunde hätte, ich glaube nicht, dass ich mich bei dem Wetter rausgequält hätte. Vielleicht doch, aber ich weiß es sehr zu schätzen, dass sowohl Jens als auch alle anderen noch mal an den Start gekommen sind, da bei dem Wetter. Aber in dem Wissen, dass es jetzt ja nicht trocken draußen sein wird, dass es nicht überdacht sein wird, sondern dass es ja so ein bisschen schon dieses Sportheim in der Jugend so ein bisschen diesen Vibe hat, ohne das jetzt gleichstellen zu wollen. Stila ist natürlich schon krasser. Aber ich fand es geil, dass dann die Leute eben trotzdem an den Start gekommen sind und dass wir noch mal einen schönen Nachmittag hatten. Gute Gespräche noch mal, für die vielleicht dann am Vortag auch nicht so die Zeit da war, weil das ja doch schon alles ein bisschen getaktet war. Aber es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Ich glaube auch, dass wir den einen oder anderen da häufiger noch sehen werden. Und Sven hatte das ja auch schon vorgeschlagen. Ich bin auf jeden Fall immer am Start, wenn man mich fragt. Ich bin selten der Motor, aber ich komme gerne mit, wenn ich gefragt werde. Also ich bin nicht so der... Wenn ich zur gleichen Zeit einen Massendefekt habe. Richtig, ganz genau. Und dann wollte ich mich auch noch mal bei den Jungs von Keks & Kaffee, Holger und Karim, die da stellvertretend am Start waren, bedanken, dass die rumgekommen sind. Ultra geil gewesen, dass die auch jetzt nur für quasi Frühstücken und Sneakershopping am Start waren, dass sie sich die Zeit genommen haben und so gesehen ja auch ihren gesamten Samstag in der Art und Weise geopfert haben. Was heißt geopfert? Aber ihr wisst, was ich meine. Nicht selbstverständlich. Übertrieben nice gewesen. Und ja, das, was du zu Discord, zu Insta und alles gesagt hast, ich kann das nur unterschreiben. Das ist absolut surreal, dass uns hier regelmäßig so viele Leute hören und diese Gemeinschaft, so dieser Austausch, auch dass die Jungs dann am Freitagabend noch unter sich essen waren, so das zeigt ja auch, dass es uns da in einer gewissen Hinsicht gar nicht braucht. Es ist trotzdem geil, dass wir euch dann irgendwie so zusammenbringen können. Und auch wenn ich beispielsweise bei Discord, ich lese viel mit, ich lese, glaube ich, alles sogar mit. Ich bin da jetzt halt nur nicht so aktiv. Das liegt aber auch daran. Du bist dieses Homer-Simpson-Meme mit der Hecke. Genau, ich verschwinde dann immer ganz schnell. Nee, das liegt halt auch daran, dass ich einfach nicht so der Typ bin, der von sich selbst aus so viel erzählt. Ich interagiere gerne mit den Leuten, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich irgendwie großen Themen anstoßen würde. Don't ask me why, so ich weiß es nicht, aber ich lieb's, das zu lesen, wie da alle Hand in Hand gehen. Da wird sich da noch mal so ein bisschen angestichelt. Ist auch völlig fein, so genau so soll es hier sein. Polo, Ralfloreen. Solange sich da niemand auf den Schlips getreten fühlt. Und wenn das der Fall ist, dann würde ich euch auch bitten, uns das zu sagen, weil wir wollen halt auch, dass ihr euch da wohl fühlt. Und es erweckt den Eindruck, als wäre jeder da zufrieden. Aber keine Ahnung, wenn mal irgendwer Stress mit irgendwem haben sollte, lass es uns wissen, dann klären wir das. Aber alles in allem, so diese Gemeinschaft, die sich da so herauskristallisiert hat, auch bei Leuten, die noch nicht so lange am Start sind, wie beispielsweise Sven, der sich super da irgendwie eingefügt hat, das ist einfach geil und es freut mich, mir geht da wirklich das Herz auf, dass wir das irgendwie möglich machen konnten. Wahrscheinlich hättet ihr euch auch in Zeiten von Social Media selber irgendwie gefunden, aber ich glaube, da können wir uns schon mal auf die Schulter klopfen und sagen, ey, das haben wir gut gemacht und vor allem auch auf deine Schulter, Adrian, das mit Discord. Ich kann es nur wiederholen, ich war anfangs nicht so überzeugt davon, weil ich Angst hatte, dass wir das irgendwie hosten müssen. Ja, absoluter Spinnkram. Wir können da eigentlich beide auch rausgehen und das Ding würde komplett gut laufen. Also, falls ihr Bock habt auf ehrliche Sneakerliebe, ich nenne es mal so, und auf Community, dann, ey, kommt vorbei und habt eine gute Zeit. Wenn ihr mal in Hamburg seid oder in der Umgebung, lasst es uns bitte auch wissen, weil ich spreche jetzt, glaube ich, einfach für uns beide, ey, wir freuen uns, wenn wir uns auch so mal auf einen Kaffee oder auf irgendwas treffen können oder auch auf zehn Bier. Das ist einfach genial und ja, habt ihr einen Counter irgendwie bei YouTube, wo danke, Sammy sagt danke, dann noch einmal hochmachen, ey, wirklich danke, danke, danke. Das ist alles nicht selbstverständlich und wir lieben es. Sammy, vielleicht hast du als Dankeschön einen General Release der Woche für die Leute dabei. Ich habe was dabei und zwar aus dem Hause Soul Kitchen. Ich meine, die Jungs hocken irgendwo in Richtung Nürnberg, Chemnitz, Chemnitz am Chiemsee, wir wissen. Ist fast das Gleiche. Auf jeden Fall Shoutout an Soul Kitchen, damals bei mir auf dem Radar gelandet, weil die damals bei New Balance oftmals Raffles hatten und die komischerweise, aber es sei denn gegönnt, zuerst das so Protection Pack und sowas hatten, für die, die sich erinnern. Deswegen ist der Store bei mir auf der Karte gelandet. Da gibt es jetzt aber, lange Rede, kurzer Sinn, den Essex Skyhand nicht in der Hey-Colab, wie sie vergangenen Freitag gedroppt ist, sondern als Inline-Release in einem wunderschönen grünen Colorway, sorry Adrian, mit pinken Tiger Stripes und Gamm-Sohle. Finde ich richtig geil. Ich mag die Silhouette extrem. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Essex wieder ähnlich wie beim X-89 in diesen 550er-Zeiten leicht late to the party ist oder jetzt so langsam rauskommt, aber es ist eine geile Alternative in diesem ganzen Terrace-Thema und ich mag den Schuh, 110 Euro. Ey Leute, lasst ein Money bei Soul Kitchen, es lohnt sich. Ja und vor allem ist Chemnitz genauso schön eigentlich wie in Nürnberg, muss man sagen. So Adrian, apropos Chemnitz, ich habe eine Go-To-Modelle dabei. Meine liebsten Spots in Chemnitz, hau raus. Der Chiemsee, ich habe eine Go-To-Modelle dabei. Wenn man an Ashton Kutcher denkt, denken die meisten an Two and a Half Men. Du Adrian, du denkst aber an Butterfly-Effekt, nehme ich an. Yes sir. Und jetzt würde mich mal interessieren, so was waren so deine Butterfly-Effekt-Momente, die quasi wirklich eben in dem Sinne wegweisend für dich waren, wo du dich vielleicht auch hättest anders entscheiden können. Aber es ist so gekommen und ich starte gerne mal so mit meinem ersten und auch chronologisch ist es so das erste Butterfly-Effekt. Krass bei mir. Ich wäre damals eigentlich nicht unbedingt aufs Gymnasium gekommen. Ich hatte eine Realschule-Plus-Empfehlung. Das heißt, ich hätte aufs Gymnage gehen können. Realschule wäre aber ... Ist das ein Streaming-Dienst, Realschule-Plus? Realschule wäre aber eigentlich die bessere Wahl gewesen. Und meine Mom hat extrem darum gekämpft, dass ich eben aufs Gymnasium kann und hat sich da mit den ganzen Lehrern sinngemäß geprügelt. Und irgendwann haben die gesagt, ey, yo Sam, kannst aufs Gymnasium gehen. Und wenn das nicht passiert wäre, und ich wollte natürlich auch aufs Gymnage gehen, weil viele meiner Freunde da wären, dann wäre hier aber einiges, einiges anders gelaufen. Also braucht man jetzt ja gar nicht besprechen, dass Abi dann schwierig gewesen wäre und all sowas. Aber wenn das damals nicht gewesen wäre, dann würden wir hier auf jeden Fall heute nicht sitzen. Und ich hatte auch teilweise so während meiner Gymnasium-Zeit oft mal so den Gedanken, Digga, hättest du einfach mal Realschule gemacht? Dann hättest du jetzt einen geilen Realschulabschluss anstatt irgendwie ein nicht so geiles Abi. Aber letzten Endes bin ich natürlich froh, dass es so gekommen ist und dass ich diesen Weg gegangen bin. Aber das war schon krass damals. Also ich weiß noch, wie meine Mom und auch zwei, drei andere Freunde fighten mussten, damit wir aufs Gymn kommen. Zwei sind dann auch direkt im nächsten Halbjahr wieder runtergesegelt. Das war dann vielleicht nicht die beste Entscheidung, aber ja, alles wäre anders gewesen, wenn das nicht damals gewesen wäre. Aber... Ja, sorry, ich hätte es aktiv halt beeinflussen können, wenn ich gesagt hätte, nee, lass mich mal einfach auf die Real gehen, ist alles cool. Aber ich muss auch dazu sagen, ich möchte gar nicht irgendwie andere Schulabschlüsse irgendwie runterrücken. Um Himmels Willen. Aber es ist tatsächlich so, in deiner Zeit, Sammy, hätte es auch noch mit einem, ich sag mal, wir wollen andere Jobs nicht kleinreden, aber zum Beispiel, du bist der unbegabteste Handwerker der Welt. Deswegen wäre das total raus für dich. Und ich wüsste halt nicht, wo du dann echt gelandet wärst, ohne Plan und so. Aber auf jeden Fall wäre damals noch mal was mit Realschule möglich gewesen. Heutzutage ist das schon echt schwer. Also habe ich jetzt so im Kopf, dass das erst recht so in die Richtung, die du auch gegangen bist. Weiß ich jetzt nicht, ob das so mit Realschule jetzt so einfach, ohne Glück so schnell mal funktioniert. Absolut. Deswegen sag ich auch immer, versuch das Abitur zu machen. Wenn Schule für dich gar nichts ist, aber du trotzdem fleißig und eine Passion hast, dann ist das auch nicht schlimm, wenn man es nicht macht. Aber ich glaube heutzutage, wenn man die Möglichkeit hat und auch vielleicht die Ausdauer, das zu schaffen, dann sollte man es versuchen, weil es heutzutage leider einfach, ja, vorausgesetzt wird teilweise in den meisten Berufen. Aber wie gesagt, ist es nicht die Pflicht, auf gar keinen Fall. Ich glaube, mein allergrößter Butterfly-Effekt ist tatsächlich sehr, sehr am Anfang meines Lebens passiert. Denn tatsächlich wurde ich von meiner Mutter gefragt, weil ich im Sommer Geburtstag habe, ob ich noch ein Jahr im Kindergarten sein möchte oder ob ich in die Schule möchte. Und ich habe natürlich klug, wie ich war, gesagt, nee, ich will im Kindergarten bleiben, ist ja viel geiler so. Ich kann den ganzen Tag spielen und komme nach Hause und spiele weiter. Und hä, das ist doch vollkommen unnötig, in die Schule zu gehen. Und so bin ich tatsächlich in den Jahrgang gerutscht mit meinem besten Freund. Und in der ersten Klasse saß ich tatsächlich mit Ben, der war auch am Sonntag nochmal vorbeigekommen, saß ich direkt in der ersten Stunde neben ihm. Da ein Platzweiter Robin, bei dem habe ich jetzt ein Jahr Untermiete gehabt. Und so viele, auch in der Schule generell, die ich bis heute gut kenne und mit immer noch, ich sage mal, befreundet jetzt nicht, aber bekannt bin und man sich freut, wenn man sich sieht, habe ich alle in der Schulzeit gehabt in der Grundschule und gerade jetzt so auf meinen besten Freund gemünzt. Also das ist ein Wahnsinns-Typ. Und wenn ich, keine Ahnung, wir hatten das jetzt letzten Sommer, die Aktion, da meinte er auch so, ey, habe ich ihm mal umzugehelfen, ey, kannst du mal aus dem Baumarkt das und das holen, hier hast du meine Karte, das ist die Nummer, bla, let's go. Und da dachte ich auch so, das war für mich selbstverständlich. Und dann irgendwann so kam ich so zurück und dachte ich so, ich bin jetzt gerade mit seinem Auto, seiner Kreditkarte unterwegs. Ich könnte so viel Scheiße jetzt gerade machen, aber es ist einfach so krass, dass man so ein Vertrauensverhältnis hat, dass das einfach so normal ist, weißt du? Und deswegen will ich gar nicht mir vorstellen, was gewesen wäre, wenn ich ein Streberkind gewesen wäre und gesagt hätte, nein, Mama, ich möchte in die Schule. Nee, der Boy wollte spielen, der Boy wollte noch eine Runde ins Reifenlager und das ist gut so. Das ist wirklich krass, ja. Also geil, oder gut für dich, dass deine Eltern auch gesagt haben, jo, mach ruhig und ich, Schule ist aber wichtig, ist natürlich wichtig, aber geh mal jetzt schon hin und du kannst gerade mal irgendwie so einen Sandkuchen backen. Also das ist wirklich schon krass. Bei mir geht es auch so ein bisschen akademisch weiter und zwar, dass ich zum Studieren nach Kiel gezogen bin. Ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal thematisiert hatte, aber ich wollte ja eigentlich immer nach Düsseldorf und ich hatte in Düsseldorf auch schon die Zusage, dass ich an der Heinrich-Heine-Universität studieren kann. Und eigentlich war das Ding, für mich auch sowas von safe. Ich hatte mich damals auch noch in Köln beworben, weil ich schon ganz gerne nach NRW wollte. Völlig grundlos. Ich glaube primär durch die Liebe wirklich. Wegen des Songs von Fahre, Bang und Fahrt. Fast. Durch die Liebe wirklich so ein bisschen auch zu den Toten Hosen und zu den Breuders fand ich Düsseldorf halt immer geil. Das ist so Quatsch. Ja, ey, aber ich sag dir ehrlich, das hat es mir so sympathisch gemacht und ich war dann ja wirklich auch früher viel da und eigentlich war das Ding für mich safe und dann kam aber Daniel auf mich zu und meinte, yo, lass doch auch nochmal in Kiel bewerben, ist nicht so weit weg und vielleicht ja auch irgendwie ganz geil und habe ich mich da auf dieser dreckigen Hochschulstartseite auch nochmal da beworben. Wirklich unübersichtlichstes Ding, was ich je benutzt habe. Ich hoffe, das ist heutzutage anders und ja, dann lange Rede kurzer Sinn in Kiel auch angenommen worden, zur Wohnungsbesichtigung gefahren, die Gerdstraße 96 eingetütet und so kam dann eins zum anderen und wenn ich mich da für Düsseldorf entschieden hätte, dann, ja, hätten wir uns auf jeden Fall nie kennengelernt. Den Podcast hätte es nie gegeben, Discord hätte es nie gegeben. Euch alle hätte es in dem Sinne so zusammen in der Konstellation wahrscheinlich auch eher weniger gegeben und da denke ich oft dran zurück, was gewesen wäre, wenn ich das gemacht hätte. Also, ich glaube, ich hätte wahrscheinlich auch ein gutes Leben und ich könnte mir sogar vorstellen, dass ich die Uni dann vielleicht auch ein bisschen ernster oder wichtiger genommen hätte. Ja, das glaube ich jetzt aber nicht. Ich rede es mir ein, ich rede es mir auf jeden Fall ein. Aber ja, ey, wahrscheinlich würde ich dann nicht mal irgendwie bei If You oder so jetzt sitzen, sondern hätte wahrscheinlich Du würdest gerade Skechers an. Du würdest jetzt mit Skechers, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was man in Düsseldorf macht. Weißt du warum, Sammy? Weil ich in Möchtigen Kölner bin. Mit Herz und Leidenschaft bin ich Kölner im Herzen. Das akzeptiere ich. Ich liebe Köln auch extrem, aber genauso Düsseldorf. Geh doch nach Düsseldorf, wenn du willst. Ich will mein Altbier. Ja, aber ey, Digga, keine Ahnung, wäre ich nicht nach Kiel gegangen, dann hätte ich wahrscheinlich auch nicht so viel mit Marcel gemacht, der für mich ja auch immer so auf diesem Sneaker-Ding in der Freundesgruppe der einzige Homie war in so einem Sinne und dann wäre da wahrscheinlich auch nie so diese richtige Leidenschaft draus gefruchtet und das wäre alles dem Bach runtergegangen, Adrian. Vielleicht wäre ich Bundeskanzler oder so, ich weiß nicht. Das habe ich tatsächlich auch noch nie gedroppt, aber ich glaube, wenn Marshi Instagram ernst nehmen würde, ey, free 100.000 Follower, free. Ja. Wirklich free. Check ich auch. Der Junge hat einfach nur keinen Bock. Ey, ihr wisst nicht, was das für ein Styler ist, wirklich. Also Props, ich lüfte hier meinen Hut. Liebe Grüße. Marshi ist wirklich krassester Styler. Ja, mein zweiter geht tatsächlich auch in die gleiche Richtung und zwar hatte ich eigentlich überhaupt gar nicht, oder was ist gar nicht, aber auf jeden Fall war nicht Plan A, Lehrer zu werden bei mir, sondern Plan A war tatsächlich in die Musik zu gehen und ich wollte in Augsburg privat Toningenieur machen. Krass. Und darauf aufbauend dann halt noch weitere Studiengänge. Ja, hat sich dann tatsächlich Warum muss ich in den Podcast Sound machen? Nein, schwarz, war tatsächlich dann schnell ausgeträumt, als ich dann die, ja, Kosten fürs Studium mir reingezogen habe. Das war auf jeden Fall gar nicht im Budget und so gern mich meine Eltern tatsächlich haben, wäre das auch für die tatsächlich einfach zu krass gewesen. und deswegen bin ich dann auch nicht nach Augsburg gegangen und Plan B war tatsächlich Lehrer, weil auch tatsächlich meine Lehrer mir das immer gesagt haben und ich ja auch dann schon Basketballtrainer für Jugendmannschaften und alles mögliche war und mir das eigentlich immer sehr viel Spaß gemacht hat, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten und dann dachte ich so, ey, scheiß drauf, schreibst du dich einfach mal ein in Kiel für Sport und Deutsch und guckst erstmal, ob du den Eignungstest schaffst und als ich den geschafft habe, habe ich gesagt, okay, studierst einfach mal zwei Semester, kann ja nichts passieren, weil von der Münze nach Kiel sind halt 20 Minuten Bahnfahrt, da habe ich so, guckst mal und wenn es nicht ist, ist es halt nicht schlimm, wohnst noch bei Mama und Papa, kannst du immer noch sausen lassen und hast nichts verloren und dann hat es aber einfach gepasst, so, also ich glaube, hätte ich nur Germanistik studiert und noch ein anderes theoretisches Fach, eine Sprache oder was weiß ich, hätte ich es, glaube ich, nicht durchgezogen, weil ich sage euch eins, Germanistikstudium, du musst wirklich einen kleinen Schaden haben, um das durchzustehen. Klingt schön absolut katastrophal. Das ist so krank, ich saß in Vorlesungen, habe ich mir gedacht, wovon reden wir hier bitte, aber an einem Gut, da bin ich froh, dass ich als Hauptschüler der Uni noch schönen Sport nebenbei gemacht habe, ja und deswegen, was wäre gewesen, Sammy, ich wäre jetzt vielleicht auf ein Travis Scott Konzert und hätte den Ton für Travis Scott gemacht, wer weiß. Ey, kannst du alles haben, ich habe mich damals übrigens bei der Deutsche Pop Akademie beworben, das ist auch so ein Musik- und Medienakademie-Stuff, bin dann da hingefahren. Hört sich sehr unseriös an, ich muss mal sagen. Ja, die machen auch ganz viel Werbung in Hamburg und ich habe gerade mal gegoogelt, die gibt es immer noch, obwohl hier gerade von 2024, Deutsche Pop ist pleite, Studierende sind verzweifelt, aber ich wäre schon lange fertig damit gewesen und bin ich da hingefahren mit zwei Freunden und dann angekommen und direkt wieder umgedreht, weil ich dachte so, ach Digga, scheiß drauf, sah auch wirklich aus wie Arsch, so komplett gar nicht so gekleidet, als ob ich jetzt hier irgendwie einen Schritt in meine Zukunft gehen wollen würde und dann haben wir das direkt bleiben lassen. Gott sei Dank. Aber das ist nicht mein dritter Pick. Mein dritter Pick ist natürlich, wie könnte es anders sein, Harry Kane 2018, als wir uns wissentlich, unwissentlich dazu entschieden haben, schräg gegenüber von Lara zu campen, hätten wir fünf Meter weiter rechts oder links gekämmt, hätten wir uns sehr, 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 sehr wahrscheinlich nie kennengelernt oder sie hätte mich nicht kennengelernt und dann wäre das Ganze hier auch fraglich. Also ich habe da ja auch schon bei Sneaks gearbeitet zu der Zeit und wir hätten uns auf jeden Fall kennengelernt. Ich weiß, das ist so witzig, ich kenne eure ganze Kennenlern-Geschichte. Ich fühle mich immer so, als wäre ich so dabei in der ersten Reihe, so oder wie bei Ted mit Marshall und Lilly, aber es ist so super witzig eigentlich. Du saßt in der ersten Reihe, Jesse auch und alle anderen bei Sneaks damals auch. Und alle haben gesagt, Genau, das ist wirklich einfach so krass, wie anders das alles gelaufen wäre, wenn ich halt woanders gecampt hätte mit den Jungs oder geschweige denn gar nicht hingefahren wäre oder irgendwas anderes. Also, dass wirklich das Gottes so wollte, dass wir so nebeneinander sitzen und irgendwie in Kontakt kommen. Ich brauche die Story jetzt nicht nochmal erzählen, ist einfach nur krass und vielleicht hätte es den Podcast trotzdem gegeben. Wie gesagt, ich war schon in Kiel, wir haben uns gut verstanden. Wahrscheinlich hätten wir vielleicht auch mal einen Podcast gestartet, ob das dann durch Laras Design-Einflüsse so konsequent und irgendwie nach außen schon auf so einem guten Level gewesen wäre und dementsprechend auch konstant bleibt. Unwissend, aber ja, es kam, wie es kam. Wir sitzen jetzt hier in Hamburg und es ist verrückt wirklich, was so eine Entscheidung oder meinetwegen auch so eine Art Zufall ausmachen kann, dass das ganze Leben so einen Lauf nimmt. Manchmal verinnerlicht das so, also generell jetzt nicht nur auf diese Situation bezogen, denkst du, alter, wie das wohl alles gewesen wäre, wenn du in dem Moment das gemacht hättest oder dann das. Ich finde das immer wieder beeindruckend und ganz, ganz krass. Ja, ich muss jetzt, ich gerade die letzten Sekunden habe ich ein bisschen überlegt, ich schwanke nämlich zwischen zwei Momenten. Darfst auch noch ausnahm Leute vier droppen sonst. Ne, ich würde tatsächlich, es hört sich jetzt wirklich sehr pathetisch an und sehr nostalgisch und ein bisschen wannabe, aber tatsächlich die Meisterschaft der Dallas Mavericks 2011, weil das ja für mich der Startschuss für US-Sport einfach war. Ah, ja, nimmt schon viel an bei dir. Ja, genau. Es fing halt dann, also ich war halt totaler Fußballfan einfach, also es gab für mich nichts anderes. Das finde ich auch irgendwie immer wieder kurios, ne? Ich habe erste, zweite, dritte, vierte Liga alles geguckt und dann am Wochenende noch selber gespielt und es gab nichts im Sport, was ich geguckt habe außer Fußball und zwar wirklich 24-7 und da bin ich so dieses, dieser TikTok-Sound, weißt du denn so, ja, Samstag ist Fußballtag und Sonntag auch und Montag auch und Dienstag und Mittwoch ist Champions League und Donnerstag Europapokal. So, das war ich so und ich weiß noch, als dann halt mein bester Freund ankam und meinte, ey, Dallas Mavericks ist Meister geworden, Dirk Nowitzki ist Champion. So, das hat mit mir noch in dem Moment nicht so viel gemacht, aber es fing dann so an, dass er mich so ein bisschen angestiftet hat. Also, ey, ich habe mir jetzt NBA 2K gekauft, lass das mal zocken. So, dann haben wir das gezockt und dann hat er sich ein, ich glaube, von seinen Eltern hat er dann so einen kleinen Basketballkorb bekommen und dann haben wir so angefangen, so gegeneinander zu zocken und das war natürlich total scheiße so und dann war es aber halt, dann fing halt diese ganze Leidenschaft an und dann haben wir gesagt, geil, lass mal Samstag uns treffen und dann gucken wir nachts Basketballspiele und dann haben wir das gemacht und das war halt, das war halt am Anfang so cool, weil das war so unser Ding, weißt du? Also, es war so ein Geheimnis, wenn man so will, so in jungen Jahren, wo man sich so, ey, das haben wir nur. Kein anderer checkt das, kein anderer guckt das und das war einfach so cool, dass man auch auf dem Pausenhof irgendwie so über Sachen reden konnte, wo die anderen einfach nur so geguckt haben, so, keine Ahnung, wovon die reden, so, wenn wir über irgendwelche Stats oder so geredet haben und es hat dann sich ja auch ein bisschen ausgewertet und Dennis war ja auch dann frühzeitig auch mit an Bord und so und ich weiß auch noch, dass wir dann relativ früh, lass das 2014 oder so gewesen sein, saßen wir bei so einem Sit-In in so einer Gartenlaue, weiß ich noch, und wir haben wirklich die ganze Nacht nur über so einen Scheiß gesprochen und dann saßen wir halt auch, ne, wie alt waren wir da? Keine Ahnung, 17? Ne, bisschen älter sogar schon. Auf jeden Fall, die saßen, haben sich dann schnell weggesetzt, weil die auch gesagt haben, wir verstehen halt kein Wort, also ihr sprecht halt auf jeden Fall kein Deutsch gerade und ey, keine Ahnung, wenn das nicht so passiert wäre, wenn Ben nicht so gefesselt gewesen wäre von dem Sieg der Mavericks, wäre das alles nicht passiert und dann würde ich jetzt hier nicht sitzen und sagen, Sammy, wir können nur um 18 Uhr aufnehmen, weil um 19.30 Uhr muss ich Baseball gucken. Das wäre, glaube ich, nicht so passiert. Ja, Digga, das ist wirklich krass. Diese Leidenschaft zu diesem US-Sport fasziniert mich echt immer wieder und ich finde es schade. Von meinen Homies hat sich nie jemand so richtig extrem für alles andere außer Fußball begeistert und ich glaube, wenn ich so jemanden damals auch gehabt hätte, das wäre schon schön und dass ich das durch dich jetzt auch nochmal erleben kann, das ist natürlich auch nochmal sehr, sehr schön. Alter, da haben wir jetzt aber mal hingelegt, oder würde ich mal sagen, oder? Es sollte heute eigentlich nur wirklich so ein Snack-Podcast werden, zack, halbe Stunde fertig, Alter, jetzt sind wir bei einer Stunde, aber wir entlassen euch natürlich nicht ohne den passenden Soundtrack. Yes. Adrian, was läuft aktuelles so bei dir? Ey, ich habe noch jetzt letzte Folge so rübergeklagt, wie schlecht das diesjährige Jahr ist mit neuer Musik und dann hat einer meiner Lieblingsartists im US-Rap einfach mal ein Album gedroppt und ich habe es gar nicht kommen sehen und zwar G-Easy hat das Album Freakshow gebracht, geht leider nur 38 Minuten, muss ich mal ganz ehrlich sagen, also es ist wieder mal, wo du denkst, what the fuck, das kann doch nicht wirklich sein, ernst sein. Und ich gehe mit dem Song South of France, aber das ganze Album an sich hammergeil, also wirklich, gönnt euch das, es ist sehr, sehr stark. Ist der nicht jetzt auch auf Tour irgendwann demnächst, oder bilde ich mir das an? Kann sein, ich wurde aber da schon so oft gewarnt, also ich kenne locker zehn Leute, die schon mal bei ihm waren und alle haben gesagt, der ist live richtig arsch. Deswegen will ich mir das nicht angucken, tatsächlich. Dann genießen wir die 38 Minuten Albumlänge. Mein aktueller Song kommt eigentlich aus meiner Notiz-App von den Klassiker-Songs, weil ich dachte, der Song ist bestimmt schon Asbach-Uralt, wie meine Mom sagen würde. Das sagt meine Mom auch immer. Tatsächlich ist der Song aber aus dem letzten Jahr und ich rede von Nie mehr St. Pauli ohne dich, von Betontod, die Vorband bei dem Broilers-Konzert im Juni waren und ich habe den Song gehört und dachte so, Alter, der ist geil, der gefällt mir richtig gut. Dann habe ich den nochmal so auf Platte gehört, habe dann nochmal das Rock-am-Ring-Konzert von denen mir reingefahren und der Song hat sich so ein bisschen rauskristallisiert und ich dachte wirklich, bis kurz vor der Aufnahme, dass das ein Klassiker sein muss, bis ich dann gerade einmal geguckt habe, wann der dann rauskam und gesehen habe 2023 und dachte ich so, krass, okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut oder schlecht für den Song ist, dass ich dachte, der wäre wesentlich älter, aber der Song ist auf jeden Fall geil, so eine kleine Rockhymne, an St. Pauli und ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Was hast du als Klassiker dabei, Adrian? Ich bringe euch von Fady Can't Let Go. Das ist so ein klassischer Shisha-Baston eigentlich und das ist auch genau die Zeit, mit der ich den irgendwie verbinde und deswegen gibst du den heute mal auf die Ohren. Krass, crazy. Ja, musste ich gerade googeln, weil Name, also Interpret und Titel haben mir absolut was gesagt und jetzt habe ich es hier gerade offen. Geil, jetzt habe ich Bock auf eine Pfeife. Mein Klassiker-Song heute die zweite Ergänzung, denn vor, ich glaube, 10, 12, 14 Wochen habe ich den schon mal auf die Playlist in die Klassiker gehauen von Rockstar, dieses Mal Superheldenanzug. Ich habe mir das Album kürzlich noch mal reingezogen und da waren unter anderem, ich weiß gerade nicht, welchen Song ich letztes Mal gepickt, Astronaut habe ich letztes Mal gepickt und jetzt noch Superheldenanzug dazu. Ist einfach eine geile Kombi und gibt mir überkrasse zwei 14, zwei 15er-Vibes als die Welt. Leider, so hart es klingt, wirklich noch in Ordnung war, so wie sie war weitestgehend, aber jetzt gerade ist schwierig, deswegen umso wichtiger, dass wir alle irgendwie zusammenhalten und jeder jeden einfach lieb hat und dann ist die Welt direkt ein bisschen besser. Ich habe mir überlegt, die Welt wäre schon besser, wenn jeder einfach im Sitzen pinkeln würde und keiner auf die fucking Klobrille pissen würde. Das kurz hier nochmal nebenbei als kleiner Ausschwank, aber es ist einfach so. In diesem Sinne, Freunde, Adrian, wenn du noch irgendwas hast, was du die Leute wissen lassen willst, Danke sagen brauchen wir glaube ich nicht nochmal, dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt. Ich bin raus, vielen, vielen Dank. Scheiße, jetzt habe ich es doch gesagt. Liebe Grüße an alle, Adrian, wenn du Bock hast, verabschiede ich gerne von diesen wunder, wunder, wunderbaren Menschen da draußen. Tschö.